Lass mich euch etwas vorspielen. Lass mich euch etwas vorspielen. Die Protector's Enclave braucht eure Hilfe. Ich habe die Pest-Explosion von hier beobachten können, aber ich hätte es voraussehen müssen. Möge Torm uns beschützen. Er scheint ja ein wahres Talent dafür zu haben, gegen alle Widerstände anzukommen. Das sollte von Nutzen sein, wenn wir uns Resort vorknöpfen. Der Protector, eine zweite tägliche Kraft, wurde freigeschaltet. Drückt die Menü-Taste und wählt Kräfte, um eine tägliche Kraft zu erwerben oder neu zuzuweisen. Vor vielen Jahren gründete der Pirat Traven Black Dagger aus Luskan im Norden von Neverwinter eine Festung und sein eigenes Banditenkönigreich. Er kam während der Zauberpest ums Leben, aber die Toten finden keine Ruhe. Traven ist zurückgekehrt und überzieht von seiner alten Feste aus das Land erneut mit Unheil. Seinem Treiben muss ein Ende gesetzt werden. Die Harfen, eine recht geheimnisvolle Gruppe, haben beschlossen, sich der Sache anzunehmen und Neverwinter ihre Zusammenarbeit angeboten. Ich weiß nicht viel über sie, aber es wäre dumm, ein so großzügiges Hilfsangebot abzulehnen. Sie haben Agenten geschickt, die euch helfen sollen, Traven aufzuhalten. Ein, genannt Siebenzehe, findet ihr im Süden der Black Dagger Ruin beim Gasthaus Kronenzacken. Viele von der Zauberpest Befallene hatten sich an den Magier Rizat gewandt, der ihnen in seinem Turm des Trostes Heilung versprach. Unterdessen hat er sie für irgendein dunkles Ritual ausgenutzt. Dass es dabei zu einer Pest-Explosion gekommen ist und so ein Teil der Stadt zerstört wurde, war sicher nur ein Nebeneffekt. Selbst jetzt noch arbeitet Rizat daran, das Ritual abzuschließen. Wir müssen ihn unbedingt aufhalten, nicht nur zum Wohle der Stadt, sondern auch in Erinnerung an die betrogenen und getöteten Seelen. Und zwar den Verstand das Ritual zu haben, sondern auch in Erinnerung an die Betrogen. Z selected Dauer, eine Beldenbretung der Stadt, sondern auch in Erinnerung an die Betrogen ist. Und zwar noch ein Nebeneffektor zu sehen, können wir die Betrogen bei der Stadt zerstörtelung. Und zwar die Betrogen für die Betrogen sind 2,5 milionen zu betrogen. Untertitelung. BR 2018 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 Sicher. Und nur danach werden wir den Turm betreten. Rezard weiß sicherlich, dass wir kommen. Und ich möchte keine bösen Überraschungen. Das wird zu lange dauern. Er weiß, dass wir kommen. Aber ich werde den Bastard, der meine Dorothy auf dem Gewissen hat, nicht entkommen lassen. Ich werde einen anderen Weg ins Innere finden. Linkletter, bleibt bei der Gruppe! Bei den neuen Höllen. Er ist verdammt nochmal verschwunden. Okay, wir gehen rein. Allemann, folgt mir! Bleibt zusammen! Ausrücken! Abonniert! Abonniert! Ah! Ah! Wir haben diese hier zwar erwischt, aber es gibt da draußen noch mehr Kreaturen. Wir dürfen sie nicht in die Stadt entkommen lassen, aber wir dürfen Linkletter auch nicht da drin seinem Schicksal überlassen. Es fällt mir aufrichtig schwer, aber ihr müsst euch zuerst in den Turm begeben und Linkletter finden. Wir werden hinterherkommen, sobald wir das Gebiet gesichert haben. Erst danach werden wir uns Rizard vornehmen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ESDF, 2020 Das war's. 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 Das war's.